Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Stream von mir. Da Karneval ist, und ich Karneval eigentlich relativ, wie soll ich sagen, hasse. Die hassen ist nicht der richtige Begriff. Ich mag nur nicht die ganzen Leute, die Karneval feiern, nur weil sie da mehr saufen können und weil die sich da als sehr freizügig anziehen können. Ja, da sag ich immer so, die Leute, die sich zum Beispiel als sexy Polizisten und sowas verkleiden, so ist der wahre Charakter von denen, ja, den sie halt im normalen Alltag nicht zeigen können. Und ja, anscheinend sind das heute alle Snoten. Deswegen mache ich ein kleines Star Wars World of Tanks Livestream, nicht Star Wars. Kann ich zwar auch gleich spielen, wenn ihr möchtet. Star Wars Battlefront 2. Ich bin da nur Kacke drin. So, was sollen wir denn fahren? Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen zu laut. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen zu laut. Ich glaube, meine Stimme ist ein bisschen zu laut. So, ist das jetzt besser? Ich hoffe, los geht's. Ich glaube, Was war denn das? Boah, ich bin nicht mehr Laveo und links aktiv. Scheiße, Laveo. Sorry, von der Zeit. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Ich geh dem, der hängt noch mal zum Griff. Ich fahr hier hoch, sonst muss das aufklappen. Ja, ich hab's doch noch mal ein Panzerkit hier ab. Ne, leider nicht. DZO. Weiter komm ich an hier nichts dran. Ist hier irgendwie ein Mikro zu laut eingestellt oder sowas, kannst du mir das mal sagen. Was ist das so schade? Scheiße, ich bin nicht hier. Das ist ernsthaft, man. Fertig, was schade. Was ist das denn da? Da geht's doch. Die Grafik ist scheiße. Ja. Ja, ich hab nur 480p. Was ist denn das für ein Scheiße. Ich hab auch nur 480p. Das muss ich nochmal dranbleiben. Dann sehen wir uns gleich wieder, mit dem ich das hoffentlich gefixt habe.